Du kannst ihn jetzt mal wahrscheinlich Ed zurückgeben oder so. Ja. Der freut sich bestimmt oder so, wenn du den Leben zurückgibst. Kann doch sein, dass er dich erschlägt, weil er denkt, dass er... Das ist das zweite Zimmer, oder? Ja, das ist Edna. Du kannst doch gerne nochmal Edna besuchen. Hallöchen! Hallo! Komm wieder, wenn du die Pläne hast. Oh, mein armer kleiner Hamster! Wurdest du entführt, oder was? Ich danke dir vielmals. So, hier ist mein Bett. Wenn du möchtest, kannst du mich begleiten. Komm so und hilf mir, die Pläne zu suchen. Benutze Bett. Das klappt nicht. Ach nee, falsche Stimme. Benutze Bett mit Weird Ed. Bett mit Weird Ed, das reimt sich sogar schön. Wieso gehst du wieder? Bleib doch hier, bitte. Okay, was war da oben? Ich habe so selten Weibchenbesuch. Ein Rülps. Ach, das war hier oben. Da sehe ich jetzt von hier oben irgendwas anderes. Irgendwas Neues dadurch. Ich schaue nochmal da durch. Benutze wirklich starkes Teleskop. Also wir haben es ja schon ausgerichtet. Ich sage mal so, die Ausrichtung ist richtig. Da fehlt aber noch was, dass, ja, da wirst du ziemlich schwer drauf kommen. Aber ich lasse es erst mal machen. Kriegst du da schon irgendwie hin. Vernageltes Fenster wiegt. Ja, vernageltes Fenster. Kann Razor das nicht mit ihrem Razor-scharfen Fingernickeln einfach aufrazern? Nimm, vernageltes Fenster. Ah, falsche Charakter. Razor, nimm, vernageltes Fenster. Kann ich nicht nehmen. Tut mir leid. Auch ich kann meine Grenzen. Ja, das reicht so einfach. Das ist halt wirklich... Also wenn ich wieder so ein bisschen, ich sage mal, durch die Blume sprechen soll, dann sag Bescheid, ne? Aber... Ja, ich überlege gerade noch. Ja, ich mache das sehr gerne, dir dabei zuzuschauen, wie dir... Ich habe gerade einen Witz auf... Kennst du das, wenn du einen Witz auf Lage hast, aber dir fällt das Wort nicht ein? Ja gut, wenn du die Poate versaust, ist das natürlich ziemlich ungünstig. Dann überleg mal, bevor du den raushaust. Ja, sonst... Sonst tritt ja eher betretenes Schweigen ein. Aber ich mochte deine Stimme, wie du gerade Razor gesprochen hast. Dankeschön, ja. Naja, Razor ist im Stimmenbruch, weißt du. Kann das schon mal passieren. Ich will mal was ausprobieren. Kann ich eigentlich die 10 Cent mit den Maschinen benutzen? Schalt ein. Jetzt ist es schon an, aber da fehlt Strom. Ist irgendwo Strom an? Der ist schon an, aber da fehlt Strom. Oh Gott, ich weiß, ja. Hier oben wahrscheinlich dieses Kackkabel. Naja, aber wie gesagt, um das zu reparieren, du siehst ja, da ist immer noch Strom drauf irgendwie. Also Strom zuvor ist hinterbrochen, aber Strom ist immer noch drauf. Das ist das Problem, vor dem du gerade stehst. Gab es irgendwo einen Stromkasten? Kannst du noch mal Aetna besuchen und die ja mal ein bisschen den Rücken massieren oder so? Wer hat denn hier gerade die Taschenlampe? Wahrscheinlich Razor? Ja. Es ist so gut, dass du die übrigens ausgemacht hast. Ganz wichtig, weil sonst verbrauchst du die Batterien. Ich gebe mal Bernard die Taschenlampe und dann lasse ich ihn mal, wo habe ich ihn in den Schwinde hingestellt? Frag mich eigentlich bei dem Atelier, wer hat den Meteor gezeichnet? Wer hat sich die Mühe gemacht, so ein Aktbild vom Meteor zu zeichnen? Wahrscheinlich jemand, der beim Zeichnen auch noch nackt war. Also Aetna. Also, ja Aetna, wahrscheinlich. Wer sonst, ne? Ja. Ich meine, ich verurteile, weil wir gesagt, ich verurteile sie nicht, ne? Ich meine, das ist eine arme, alte, einsame Frau, ja. Also, was will man machen? Liebesbriefe an Aetna. Oh Gott, nee, bitte nicht, ey. Weil das Witzige ist, jetzt mal ganz ehrlich, in Manic Menschen Mania, da haben die, also da haben die, die Permission von Aetna mal richtig, richtig, richtig aufgedreht. Ich kann mich da an irgendeine Folge erinnern, wo die bei Bernhard irgendwie ins Haus eingebrochen ist und Bernhard dann an so ein, ja, an so ein Kreuz halt festgebunden hat und mit den SM-Spielchen machen wollte und sowas, ja. Ich muss die mal spielen, die Teile. Ja. Also, es gibt natürlich, ich sag mal so, es gibt natürlich welche, die sind nicht so gut, also, sogar die ersten, da war es halt so, dass das alles noch sehr, äh, auf Bernhards Haus als Location begrenzt war, aber das wurde halt teilweise später, in späteren Staffeln so umfangreich, also, was sie da für Sachen gemacht haben. Achso, ja, ein willkommener Gast, ich meine, ich habe dich. Na los, du kleiner Süßer, du. Wie dumm von mir. Ich hätte dich nackt ans Bett fesseln sollen. Oh, bitte nicht. Ach ja, ich komme auf dich zurück, ich hole schon mal das Olivenöl. Ich bin aber allergisch gegen Oliven. Umso besser. Davon schwillt bei mir alles an. Oh, das klingt ja richtig gut, ja. Es schwillt alles an. Okay, jetzt war es doch ein bisschen unangenehm. Tut mir leid, Alter. Es tut mir leid, weißt du, das ist halt, wenn man sich in Edna reinversetzt, ich glaube da. Das ist wie mit, wie mit dem Joker, das Method Acting, das macht dich einfach fertig. Ja, genau. Genau so, also, ich hoffe, ich kann morgen aufstehen und bin ich zu Edna geworden, das wäre sehr schön, also, wenn es passieren würde. Drücke, loser Stein. Bernhard, so, schalt ein, Taschenlampe. Okay, ich glaube, ah, Hauptschalter. Benutz Hauptschalter, das klappt nicht. Drücke Hauptschalter. Wahrscheinlich schalt ein oder so, schalt aus. Okay, das hat funktioniert. Dann schalt aus, Taschenlampe. Ja, das Problem ist, was du, oh, na toll, jemand hat den Strom abgedreht. Jedes Mal das Gleiche, jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. Ja, typische Probleme, man kennt es nicht, ne? Wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn andauernd solche Sachen passieren? Ah, ich hätte es mit Razor machen müssen. Tentakel, stell gestanden. Los. Ja, hier bin ich. Wir haben wieder ein Problem. Du kennst ja schon die Schose, ne? Wir hatten das ja schon mal bisher. Jawohl, so. Frag mich, wie kann ein Tentakel eine Tür öffnen? Ach, das ist so ein schönes Geräusch. Wirklich, meine Ohren klingeln schon. Die Zuschauer, die sind gerade sehr dankbar. Die können ja wenigstens den Tor runterdrehen, weißt du? Hä? Was? Was? Achso, der Strom ist ja abgedreht. Stimmt ja, okay, ich wollte schon sagen, warum ist da kein Licht? Ah, hier ist niemand. Äh. Ich habe diverse Fragen. Ich habe auch Kopfschmerzen. Ich habe diverse Fragen, was ich nicht verstehe. Ist der gerade von oben gekommen oder von unten? Weil, der müsste ja eigentlich von unten kommen, aus dem Gefängnis und nicht von oben. Ja? Ja? man hat nur ein bisschen verwirrt, weil das sagt gerade so aus, ob eben der Tentake eben von oben kam ist. Ja? Naja, egal. Boah, das ist ja häufig. Warte mal, ich, 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 ich. Nee, alles gut. Dann müssen wir durch. Dann muss es halt so. Oh. Oh, tut das gut. Hattest du es mal leise. Also hast du es mal aufgeschrieben? Ich habe es gerade mal, ich habe es nicht mehr ertragen. Ja, es ist halt auch so ein, ja, so ein nerviger Ton, vor allem wenn die ganze Zeit so geht. Das ist dann so der Punkt, wo ich in den Statistiken sehe, dass die Zuschauerzahlen einbrechen. Ja. Dann wer hört das auch gerne, ne? Das ist immer so die Frage. Äh, ich wollte. Ich wundere, dass der Kernreaktor nicht schmilzt. Ich meine, war das nicht das Problem gerade so, wie, ja gut, der schmilzt, aber wie pflanzt er die? Es ist scheinbar irgendwie leuchtend im Dunkeln. So. Reparier, Drähte mit Werkzeug. So, schon fertig. So. Tja, jetzt musst du den ganzen Weg nochmal zurücklaufen, wahrscheinlich. Oder du machst den kurzen Weg und lässt sie einfach von Edna fangen, oder so. Das sagt, darf ich so die kurze, die Abkürzung, oder? Wenn die denn noch in ihrem Zimmer ist. Du hast Nerven nochmal hierher zu kommen. Aber wenn wir jetzt so schon mal da sind, können wir noch kuscheln, oder? Was tust du hier in unserem Haus? Kuscheln. Ja, jetzt war es zu langsam. Das war die Kampfschmelze. ich habe jetzt schon, dann haben wir Maniac Mansion ja durchgespielt. Ja, genau. Das ist das glorreiche Ende. War das nicht schön? Ich meine, es war noch wirklich ein Träumchen, oder? Okay, also muss ich Razor nach unten platzieren? Nach unten platzieren? Das klingt ja. Ja, platzieren sich nach unten. Also faktisch ist einfach nur, du musst halt irgendwie schnell genug den Strom wieder ausschalten. Oder wieder anschalten. Burnout. Burnout ist am richtigen Ort. Was hat mich einfach nur wundert? Ich meine, was ist denn, wenn die wirklich mal einfach Stromausfall haben, weil irgendwie eine Leitung durchbrennt oder so? Dann war es das. Dann war es das mit der Addison-Familie, mit der ganzen Addison-Linie oder was. Scheint so. Also dafür, dass er ein Wissenschaftler ist, hat er das nicht gut durchdacht, glaube ich. Obwohl, er ist ja kein Er ist ein verrückter Wissenschaftler. Ja, natürlich. Das müssen wir hinzufügen. Ha, ein willkommen, unwillkommener Gast. Du bist ja eine Frau. Ich wollte ein bisschen männliches Fleisch haben. Naja. Also, ich sage dir mal eine Sache. Wenn du, du hast Glück, dass du kein Junge bist, sonst wärst du in großen Schwierigkeiten oder in großen Schwierigkeiten, wenn wir so ein bisschen den Englisch mit einbinden wollen. Kleiner Wort, wäre jetzt tschüssi. Das ist ja ekelhaft. Person, Dave, drück, loser Stein, Ray Saul. Ist der nicht unser toller Held, der schon seit Anfang des Spiels irgendwie im Klass irgendwie hier Ja, das ist der auch. Ja, Also, soll ich dir was sagen? Ganz ehrlich, das ist genau das, was ich als Kind auch immer gemacht habe. Ich habe Dave immer, weil ich so am wenigsten mochte, ähm, ja jemand, ich lese das jetzt nicht nochmal vor, das hatten wir ja schon mal, äh, den mochte ich immer so am wenigsten und den habe ich dann immer irgendwie krass einsperren lassen. So, weißt du, also dieser typische Sportler-Typ, da dachte ich mir so, nee, komm, der ist viel cooler. Ich habe auch, ich weiß noch, ich habe als Kind immer versucht, Dave abzuwählen. Ja, das geht aber, die ist ja seine Freundin, verstehst du? Ja, ich hätte aber dann doch irgendwie lieber, keine Ahnung, Jeff oder so. Na klar, bin ich voll bei dir, also. Jeff war das, nee, wer war das Surfer-Dude? der ist halt interessanter, weißt du, ich meine so, du hast, sie haben halt alle so ihre Fähigkeiten, ihre Hobbys und Dave ist halt einfach nur, ja, ich bin halt Sportler-Typ, der eigentlich keine Spezialfähigkeiten hat. Also nichts gegen Sportler da draußen, das will ich kurz sagen, aber er hat halt keine Fähigkeiten in dem Spiel, weißt du? Äh, Jeff war das Surfer-Dude und Sid war der Elvis-Verschnitt, oder? Ja. Ich glaube, einer von den beiden wird auch nichts, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich wäre, Hä? Achso. Das von Wördmich zum Beispiel, der dürfte gar nicht von oben kommen, der läuft von oben, also der hätte dich ja eigentlich sehen müssen, oder nicht? Also. Ja, aber sehr dunkel. Ja, aber er müsste doch deine, weiß ich nicht, deine Präsenz spüren, weißt du? Deine Pheromone riechen oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bernard? Genau. Reparier Drähte mit Werkzeug. Es ist ziemlich dunkel. Ja, muss da wahrscheinlich wieder, Taschenlampe, ne? Aber es sollte klappen. Aha. Okay, Person, Razor? Ja, nee, äh, Stich. Äh, soll ich dir, soll ich dir einen kleinen Tipp geben, oder? Ja, bitte. Also du kommst da rein, aber nicht direkt durch die Tür. Es gibt eine andere Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Also es ist nicht einfach so, dass du die Tür irgendwie ganz normal, wie man Türen öffnet, öffnet, ne? Also es ist mal als eine Art Geheimgang, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Nicht den Geheimgang. Ich weiß nicht genau, wo du hinlaufen möchtest, aber nicht, nicht zur Großfahrt. Das ist, dir, das ist ja nicht wichtig. Immer bei Großfahrt, wo muss ich an jeden Witz denken? Wenn du Google Grandfather Clock, what forgets the hell? Okay. Es gibt einen Weg, da reinzukommen. Es ist aber noch näher, du bist ja auf jeden Fall, wenn du hier suchst, bist du ganz gut dran. Benutzt Vase. Äh, drücke Vase. Ziehe Vase. Kann ich nicht bewegen, die ist angeklebt, weißt du? Kobold. Drücke Kobold. Ah ja, ja, ja. Das war richtig, so offen. Drücke Kobold. Ja, oh, ja, stimmt. Das Problem, ich glaube, du musst da einen stehen lassen. habe ich schon mal vergessen. Ich dachte, die Tür bleibt lang genug auf, aber tut sie nicht. Und die Pflanze ist jetzt übrigens im Schatten, komischerweise. Und nochmal. Ja, weil es so schön war, ne? Kann ich? Weißt du, was du machen solltest, ist, glaube ich, einfach mit Razor nicht hochrennen, sondern versteck dich doch einfach mal hinter den ganzen Rohren und was das da ist oder so. Weißt du? Ja. Was passiert denn, wenn mich Pupu-Tintakel findet? Also ich weiß nicht genau, ich würde mal behaupten, er würde dich einfach in den Klass stecken und sagen, das passiert ja immer. Also gleich töten wird er dich nicht. Also hoffe ich zumindest. Wir probieren es einfach mal aus. Genau. Allerguten Dinge sind 40. Das Spiel ist zu Ende. Wir haben es durchgespielt. Richtig. Wir sind Helden. Alle guten Dinge sind 40. Das sagst du dir auch irgendwann mal, wenn du in den Spiegel guckst, und es soweit ist, ja. Alle guten Dinge sind 40. Oh, der ist fies. Nein, das war nicht Spaß. Alles gut. Nicht traurig sein. Alles gut. Alles gut. Okay, okay. Razor? Genau. Du gehst jetzt gleich mal wieder zu, ach nee, nach oben musst du, zu Team Sexy. Team Sexy? Ja. Ich warte, möchtest du mich etwa besuchen? Hallo. Weißt du, was du mich frage? Was fragst du? Dieses Klischee von der sexy Krankenschwester. Gab es das schon vor 87? Oder hat das alles mit Edna angefangen? Ja, bestimmt Edna ist so die Pionierin der sexy Krankenschwester, man sieht es, ne? Also, ich würde mal behaupten, Edna ist eher so der Gegenentwurf zur sexy Krankenschwester. I'm sexy and I know it. Genau. Wiggle, 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 yeah. Nee, nee. Bitte. Bitte floppy nicht. Ich will es mir nicht vorstellen. Nee, wirklich. Ich will nicht, dass Edna wiggelt. Verstehst du? Wenn die einmal anfängt zu wiggeln, dann hört es wahrscheinlich nicht mehr auf, weißt du? Schalt aus. Hauptschalter. So, und dann hier hinter die Rohre. Okay, hier ist er hinter den Rohren, oder? Ich glaube, du bist vor den Rohren jetzt gerade. Also, wenn du hinter den Rohren bist, da bildet sich so ein kleiner Schatten, glaube ich. Der Strom abgedreht, bla bla bla. Und wenn du das dann fertig hast, kannst du ja wieder die Musik dann einschalten, ne? Also, jetzt bist du dann in den Rohren versteckt. Also, ob das verbringt, weiß ich nicht, aber ich will überhaupten, die sieht dich nicht. Also, der sieht dich nicht. Der Barriere, Drähte mit Werkzeug. Es ist ziemlich dunkel. Aber es sollte klappen. Tja. Ich habe Bernhard es geübt. Der kann sowas im Dunkeln. So. Ich kriege dich. Okay, er sieht dich trotzdem. Scheinbar. Wenn er dich kriegt. Weglaufen bringt, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich komme nicht. Also, ich komme nicht ran. Nee, du sprichst ja. Dr. Fred bezahlt nicht gut für so etwas. Fahre sie nur als Willen Tentakel mit Geld. Du hast ja nicht mal Hosentaschen oder so. In das Verlies. In das Verlies Eindringling. Ja. Okay. Okay. Gerne. Hoffentlich verfoulst du hier. Naiver Mensch. Ja, genau. Naiver Mensch. Aber hast du es gesehen? Er ist jetzt nach links gelaufen, ne? Ja. Also, das ist das Komische. Er ist jetzt nach links gelaufen. Ganz unauffällig ins Geheimlabor wahrscheinlich. Aber warum ist er denn das eine Mal von oben gekommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warte mal. Person, Razor? Ja. Ich glaube, du sollst den Hauptschalter noch irgendwie. Sonst haben wir das gleiche Problem wieder, ne? Ach so. Ja. Da war was. Ja. Da war was ganz Wichtiges, ne? Ja, ich habe das schon wieder vergessen. Ich wollte jetzt erst mal was anderes probieren. Tja, das kommt, weißt du, das kommt davon, wenn man den Ton ausschaltet, weißt du, dann vergisst man sowas. Deswegen hat man extra so ein schönes, nerviges Geräusch eingefügt, damit man immer schön dran erinnert wird, weißt du? Ups. Okay, und dann mache ich den Ton mal wieder an. So. Ist alles jetzt gut? Kannst du mal zu einer anderen Person gehen? Also, wer würde das Geräusch nicht mehr? Du hast ja angeschaltet. Ja, sehr schön. Okay, Razor, du gehst mal wieder. Dübdi-düb-düb-düb. Dübdi-düb-düb-düb. Dübdi-düb. Düb-düb-düb. Okay. Coole Sache, das. Yes. Was mache ich als nächstes? Ach so, ja. Wer hat denn die 10 Cent? Sie hat 10 Cent. Dann gucken wir doch mal, ob wir im Videospielraum, der nicht da ist, sondern irgendwo anders. Ah, ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Alles gut. Das ist leid. Ich glaube, wir haben zu viel in unserem Leben gerade aktuell. Okay. Schalt ein. Es ist schon ein Blafetstrom. Ich speichere mal. Ja, mach mal lieber. Wird ja wahrscheinlich kein Minigame sein, oder? Ich glaube nicht. Ach schade. Das wäre ein bisschen zu ambitioniert, oder? Für 87 war das... Ich benutze es mal rein vom Bauchgefühl her benutze ich es bei Meteor Mess. unter anderem deswegen, weil das 3D-Remake auch so heißt. Hm. Interessant. Schalt ein. Es ist schon an, aber da fehlt Strom. Okay, das verwirrt mich jetzt. Irgendwas. Zweig. Aber. Tja. Sonder, sonderbar. Sonder, sonder, sonderbar. Jetzt hast du es wieder... Oh, jetzt hast du es wieder... geladen, oder was? Aber ich habe es... Ich habe es doch repariert. Ich war doch... Habe ich es nicht mit Bernhard repariert? Habe ich es vergessen? Ich lasse mich nochmal... Hä? Das verwirrt mich jetzt gerade auch. Also war es irgendwie zwischenzeitlich einen anderen Speicherstand geladen und wo das noch nicht der Fall war. Ich lasse mich nochmal catchen. Jetzt zum... Keine Ahnung, wie vielten mal. Hm. Hallo, sexy Edna. Hier bin ich. Hallöchen, du unwillkommener Gast. War doch Spaß. Alle Leute sind bei mir willkommen. Hihi. War noch mit ihren Herzchen, äh... Kissen, was er da hat, ne? Das ist doch... Ja, du kennst ja... Du kennst die Schose ja schon, ne? Also, wenn du ein Junge wärst, dann wärst du jetzt in großen Schwierigkeiten. Oh, die Dinge, die ich wieder tun würde, Razor. Ich will sie mir nicht vorstellen. Dave, du bist... Dave, du kennst deine Aufgabe. Du kennst das Einzige, wozu du gut bist. Aber immerhin ist es eine wichtige Aufgabe, sonst kämen wir nicht weiter, ne? Das musst du aber so sehen, ja. Schalt aus, Hauptschalter. Person... Bernard. Reparier... Dreht... Reparier... Drehte mit... Werkzeug. Es ist ziemlich dunkel. Aber es sollte klappen. Razor. Schalt ein, Sicherungskasten. Schalt ein, Hauptschalter. Jetzt, ich krieg dich. Ja. Das hat nicht Razor, aber ich krieg dich, du Hauptschalter. Du kleiner, glitschiger Hauptschalter, du. Aha! Ach so. Da müssen wir uns einmal einigen. Bin ich jetzt der Tentakel oder willst du dich sprechen? Du kannst ruhig deinen Liebling, deinen Puportentakel sprechen. Natürlich. Doktor Fred bezahlt mich gut für so etwas. Ja, ja. Ich hab schon ganz viel meinen Saugnäpfen angespart, ja. In das Verlies-Eindringling. Los. Geh zu Dave, dem alten Steinpusher, ja. Hoffentlich verfaulst du hier. Hoffentlich verfaulst du hier, also. So. Raus, oder? Ich probier mal raus. Also, es ist gar nicht so. Ich überleg grad noch was. Ah, ein Schloss hab ich offen. Ich hab grad nicht hingeguckt, was hast du verwendet? Ich hab den leuchtenden Schlüssel mit dem unteren Schloss benutzt. Ja. Sehr gut. Einer Schlüssel. Hast du nicht noch einen rostigen Schlüssel, oder? Hat den Bernhard? Ja. Da, ja. Also, ich glaub, den Einschlüssel, den leuchtenden, hast du den schon ausprobiert gerade? Ja, den hab ich ausprobiert. Der hast du schon ausprobiert. Das ist das untere Ding. Ja. Das ist das, das ist das, das ist das, da. Und du bist. Das ist das, da.